One-Liner? Ja. Boah. Shifu wurde jetzt aufgeschifuert. Shifu ist was Besonderes. Boah, Alter, das ist so bitter mit Overwatch. Was? Dass die Folgen... Ach ja, genau, genau, das ist ja gesagt. Weißt du, wer da Ton wächst, könnte ich deinen nehmen, ne? Aber so Bildmaterial bringt ja nichts. So. Hallo und... Ja, war ich auch schon häufiger. Ja, mein Mitgefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BattleRide. Wir haben den Tetsukun dabei. Hallo. Hallo, hallo, baby. Hallo. Wir heilen ihn heute mal, ich muss ihm ein paar Support Champs spielen. Und für alle, die fragen, warum es keinen Overwatch gibt, ich habe einen Fehler getan. Ich hatte die besten Runden meines Lebens und ich hatte nur einen schwarzen Bildschirm beim Aufnehmen, damit das wisst. Ja, so ein Pech. Ja. Aber ihr könnt das geile Diva-Highlight bei dem lieben Tetsu sehen. Wo, 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 wo. I'm gonna heal you, son. Krieg zu viel Schaden sonst. Oh mein Gott. Wir haben Single gekriegt. Ich habe Ulti-Ready. Röp ihn an! Bleib zurück, bleib zurück, bleib zurück, bleib zurück. Ich kann ihn nicht leiden, weil ich ihn nicht treffe. I'm gonna make you great again. Oh, Junge, das war gut. Ich wusste, dass er kommt und habe einfach eh gedrückt. Er wollte mich. Aber er hatte keine Chance, Baby. Oh, Baby, Baby, Baby. Alter, meine Nase juckt, als hätte ich heute mal wieder eine Leine gezogen. Alter, wer war da? Ja, dann solltest du vielleicht mal weniger Koks nehmen. Das geht doch nicht, weiß doch, dass Sweet YouTube machen. Das muss doch verbraten werden. Wow. Komm her, mein Junge. Ja, er kann man jetzt ordentlich verbrüllen, Junge. Das geht ja schade. Hier kommt noch... Hö, Junge! Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Aber so richtig hart. Heute läuft man wieder gut. Also auch easy alles hier. Easy peasy. Ich liege halb beim Aufnehmen gerade. So, äh... Row, row. Row, row. Row, row. Fight the power. Oh, Tengen. Was mir letztens auch gefallen ist. Hä? Ich kann nie wieder auf einen Gorilla gucken und sagen... Das ist ein Gorilla, sondern immer sagen, das ist Harambee. Ich weiß, wie es dir geht. Das hat einen richtig kaputt gemacht. Oh, Tengen. Bing! Komm doch her! Ja, ich mach den Typen kaputt. Ja, ich kann nicht über die Wand flogen. Oh, 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 oh. Ich heil dich, weiß ich, ich schieße dich durch, dich durch, um den Kill zu kriegen. Ich heil dich und wundere mich, warum er nicht stirbt. Oh. Ja, so sieht's aus. War ein sweet, sweet victory. Das ist schon vorbei. Ja, aber... Ich mach nur eine extra, extra Folge ran, also... Mach doch gleich zwei weitere dran, so wie wir dominieren. Werden wir ja sehen, ne? Drei Runden Dominanz. Drei Runden... Mit mir kannst du auch drei Runden haben, Baby, ne? Das ist ein Ninja, er weiß noch gar nicht, was ihm geschieht. Voodoo? Oh mein Gott, der hat jemand Voodoo genommen. Oh, nee. Das ist... Samus, Junge, Samus. Samus. Samenbank. Sind wir mal ehrlich. Samus Aran. 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 Das klingt wie so eine Beleidigung, ob wir auf der Sprachkarte... Ja, ist so. Ja, dann pack mal deinen Samus Aran weg. Heilt das eigentlich? Jo. Ja. Das heilt. Darm's Zahn. Das ist die überdrebenste Welt wie überhaupt, ey. Die ist geil, ne? Ich heile mich ganz jetzt heute. Ja, und hast eine größere Reichweite. Ich glaube, die eine, glaube ich, oder? Mal gucken, was der Ninja da macht. Komm, hör! Ist auch sein Ernst. Ninja, lass mich in Ruhe. Nein, Ninja. Komm zu mir, Kleine. Ja? Kleine, das war's mit dir. Das ist schön für uns reingeportet. Sag doch, zu drei Runden Dominanz. Ja, so. Soll ich sein Leben zerstören? Mach mal. Okay, warte. Wiii! Alles BM, ey. Weißt du, ich fühl mich schon fast, als würden wir dafür bezahlt werden wie ne Domina. Aber wir haben die doch alle bezahlt. Was glaubst du, ohne die sonst zu verkacken. Ach so. Ach, dafür musste ich das Geld heute auf die Bank zahlen. Ja, da, wo. Ah, jetzt macht alles Sinn. Stell dir mal vor, irgendwo gibt's wirklich YouTube-Drama, weil jemand das gemacht hat. Garantiert. Willkommen to the other side, son. Ich bin getroffen, Leute. Ja, mach dir nichts draus. Mama mia. Ja, ich weiß nicht, wie du sich schaden kassiert, Alter. Alter, mach's abu. Mach's abu. Mach's abu. Der hat jetzt, äh, Special Delivery. Aber das interessiert dich nicht, weil du, weil du ein Tier bist. Hast du ihn unterbrochen? Wie geil. Die Sau. Jetzt hat er gesagt, easy game. Easy game, easy life. Der Arnold Breaks von The Rape Train. Hey Arnold. Oh, nee, bitte nicht. Das nicht. Max, nicht Arnold mit seinen Football-Schilden. Nein, Rietta hat eine goldene Toilette. Mit seiner komischen Freundin mit der zart Spange. Die reicht aus dem Horrorfeld. Ist so. Soul-Transfer. Runde 3. Runde 3. I'm the best there is, because I'm a Barbo. I'm the best there is. I'm the best there. Was ist das? Ach ja? Das war's mit dir, Alter. Oh, oh, oh. Komm her, Baby. Komm mit mir. Komm mit mir. Ah, easy Dominanz. Das werden wohl doch drei Folgen. Ich dachte, du musst mir nochmal mehr zahlen, dafür, dass ich das so buffe. Ha, nochmal eine Erhöhung, meine Herren. Aber du machst ja auch gute Arbeit, es lohnt sich, das Geld anzulegen. Ja, ich hau einfach nur drauf. Oh. 250 Costola. Sweet. Weißt du, dein Fies sieht so aus, als hätten wir noch einen dritten Spiel, aber haben wir gar nicht. Ja. Aha. Ich werde mir bald Kettlebell holen, Alter. Bestelle ich mir und dann trainiere ich damit. Was? Kettlebell. Ein schönes Trainings-Treat. Kenn ich nicht. Das sind die Teile... Kennst du noch Never Back Down, den Film? Dieses... Dieses... MMA-Teil da, wo er da gegen irgendeinen Kerl kämpft. Ich schicke dir einfach später einen Link, dann weißt du, was eine Kettlebell ist. Wer weiß, was das ist. Wenn du im Fitnessstudio warst, weißt du, was eine Kettlebell ist. Ich kenne keinen einzigen Namen von den ganzen Geräten im Fitnessstudio, außer das Laufband. Ohohoho. Herr Langkantel sagt dir doch auch was. Hör, komm doch her! Ja. Komm doch, Bunga, Bitches! Habe ich doch nicht falsch gecallt, ne? Ne, mit den drei Besiehs, so bis jetzt. Mit demnächst dem Propheten, ne? Ach, nicht schon wieder. Willst du wieder den Propheten-Status haben? Ja. Ich meine, wenn wir hier noch gewinnen, ne, dann habe ich schon mal bewiesen, dass ich in die Zukunft zählen kann. Das werden wir dann sehen. Dann lass ich dich nochmal callen in der nächsten Aufnahme. Dann werden wir mal sehen. Ja, okay. Ja. Aber der Schemt gefällt mir, der Support hier. Ich werde immer und immer wieder zur Kontoausflug eingeladen, ey. Wenn ich das spiele und nicht mehr spiele. Du auch? Bei mir haben sie das irgendwann aufgehört. Bei mir nicht. Der Silence ist einfach zu stark, ey. Ich bin tot. Sorry. Aber du hast fast einen vollen Ulti bei mir. Sie ist nach oben gesprungen. Oh, da ist ein Silence verballert. Oh, oh, oh. Johnny Bull. Oh, der hat dich selber aus und ist angeschlagen. Das ist traurig. Kill him. Kill him with fire. Zeig ihm, wer der Barbuoy ist. Der Henker kommt. Der Henkz hat die Stute bestiegen. Von Gott bestrafen. Von Gott bestrafen. Deswegen hast du Hörner, ne? Hör. Wir machen das so schön heute Abend. Lass mal in die Mitte. Ich brauche, ich brauche die Junge. Komm her. Curse you. Curse you. Dachtest du, du wärst cool, oder was? Ach, fuck. Ich rute dich. Hellfire. Ich habe voll daneben geschossen. Weiß aber von nichts, okay? Macht nichts. Das Ente sollte es dasselbe. Haha. Fuck. Nigero. Ja, auf die Feuer. Haha. Habe ich gesagt. Drei Mal Dominik. Ja, Tetsu Kurny. Prophet. Ich nenne die Folge Tetsu der Prophet. In deinem Ehren. Danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Ärsche klatschen mit Tetsukun und Warcookie. Thanks for watching. Meine Vorhersagen stimmen immer 100% richtig. Bis zum nächsten Mal. Wenn nicht, werden sie rausgespielt. Bis dahin, hab ich immer recht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.